Dieses alte Hera-Heiligtum liegt zwischen Mykene, das ist vielleicht fünf Kilometer oder drei Kilometer weiter dem Berg entlang. Und da drüben liegt Medea und über dem Berg ist Prosymna. Jetzt sind wir wirklich sehr erstaunt. Und es ist wie Mykene eben zu sehen, nicht von der Straße, weil es über der Blickachse der Hügel, der davorliegenden Hügel liegt. Aber wie gesagt, sehr glücklich über den Fund.